Ja, äh, ich bin ja, stimmt, ich hab jetzt dumm aus der Wäsche geguckt, ich dachte, hä, wo bin ich denn hier, das sieht nicht nach Interchange aus, das kenn ich nicht, nee, Quatsch, ich hab ja, es geht schon wieder los, es geht schon wieder los, was, lockt, wieso ist denn die Kiste gelockt, Alter, wollt ihr mich verkackern, seit wann denn sowas, aber, wir können jetzt, Oh, es geht fies, oh, ich dachte schon, wir können jetzt mal gucken, das ist doch, das ist doch, genau, Lexus muss da sein, genau, also jetzt gucke ich, jetzt will ich das nochmal sehen, oh, oh, hab ich mich erschrocken, hab ich, ah, okay, okay, Lexus ist da, und das stimmt, das sieht auf der Map weiter aus, weil hier ist schon die Straße, die abbiegt nach rechts, Genau, Alter, was, 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 was ist denn das für ein Geflacker, Schütz, hör mal auf hier, komm mal, kommst keinen Meter voran, läufst einen Meter fliegt, drei Meter zurück, genau, da sind wir wahrscheinlich das letzte Mal dann doch zu weit gelaufen, Jungs, lass mich hier looten, Alter, sonst raste ich komplett aus, So, und dann muss hier irgendwo Idea sein, Ich hab's halt nicht gesehen, Und bei der nächsten Rechtskurve muss ich drauf achten, dass es tödlich endet, Alter, Junge, 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 geballert. Ah ja, ich wollte ja zum Skeff-Exit. Ich muss erst mal hier kurz in eine sichere Hütte rein. Sichere Hütte? Alter, was ist das? Das ist doch keine sichere Hütte. Lass mal sehen. Oh, Discord hat sich. Ich bin da lang gelaufen. Idea, das sieht doch nicht aus wie Idea, Alter. Aber hier muss irgendwo dann unten das Basement Exit sein. Ah, das ist irgendwie das geile Antrag. Es rumsst und knallt schon wieder. PRS. Oh, beste Munition. Bohnen. Bohnen. Nee, das ist ja... Was hat Benji gesagt? Weizen? Weizen-Gries? Nee. Das war ein scheiß PMC. Nee, das war ein scheiß. Ja. 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 Den habe ich lang gemacht. So, es war wieder ein Skeff, Alter. Das kann nicht immer leiden. Er schießt als erstes auf mich. Es war ein Skeff, Alter. Nee, es war ein Spieler. Junge, das klingt ja gar nicht gut. Wir gehen gleich raus, mein Pastor. Wir gehen gleich raus. Ja, etwas Geduld. Ja, Papa weiß es. Papa versteht es. Das arme Schwein. Oh, oh. P.O. Hey, achso, ah, nein, ich habe meine Weste mit der Medizin weggeschmissen. Warte, warte, warte. Nein, was habe ich jetzt gemacht? Was habe ich jetzt getan? Hektik bricht aus. Panik bricht aus. Ja, mein Junge, Schnauze. Mann, der macht mich komplett fertig. Also plus, es war ein Scaf-Spieler, Alter. Nee, zum Glück, sonst wäre ich wieder ausgerastet. Ich habe zwei Jusex erschossen, es waren alle zwei. Oh nein, meine Beute, Mann. Oh Mann, aber, ach, ach, Mann. Wo bin ich denn hier? Ah, okay. Auf dem Berg. Ja, da wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen. Doktor Teufel. Das Bild fort. Das Bild fort. Das ganze Wochenende. Ja, war gut, das war gut. Oh Gott. ... ... Vielen Dank. Vielen Dank. Wie komme ich denn da runter? Oh. Alter, die Body-Armor weg. Nice. Danke. Let's go. Okay. 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 Hey. Okay. 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 irgendwie nicht ja mit dem typen zeltet jetzt überhaupt nicht gerechnet ich hatte gedacht vielleicht steht schon einer vorne an den leichen aber selber in dem zelt selber war ich auch noch nie ich gebe man geht ja bloß hin also ich jedenfalls gehe bloß hin hole die leiche ab und verpisse mich so wie gerade eben schnell wieder raus zack der erste weg der erste kill des ne es sind ja schon der dritte kill des Tages kuss 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 k k Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, jetzt bin ich zu spät abgesprungen. War zu schwer irgendwie. Was ist denn das? Wieder Geistersounds. Hat sich angehört, sich jemanden Rettortum gestellt oder irgend sowas? Ja, geil. Dürfte Level 21 jetzt klar gemacht sein. Mir fehlten ja noch 7000. Jetzt mit dem Kill ein bisschen XP. Müsste eigentlich passen. 1000 müsste passen. Locker, easy. Nochmal zurück. Oh, der hat gleich einen fatalen Nid gekriegt. Direkt in die Fresse. Da war der Ofen aus. Noch bevor die Bude richtig warm wurde. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.